Wir haben die Führung übernommen. Wir nehmen Charlie ein. Wir haben die Führung übernommen. Wir nehmen Bravo ein. Wir nehmen Charlie ein. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Charlie gesichert. Das sind alle Zielobjekte. So muss es bleiben. Ich brauche Medizin. Bekwärme Gavere. Die Drohne aktiv. Wir verlieren Alpha. Wir haben ausgeschaltet. Ja. Was ist das? Ich bin hinter mir. 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 Okay. Okay. Ich bin hinter mir. Ich bin hinter mir. Nein, ich bin hinter mir. 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 5000. Hey cool. Hias Ming City. Cook Burger King. Ich gebe dir auf den Dekum. Hä? Heilt den Kuril? Oh! Oh! Hä? Ähm. Die Kuril. Da ist ein... Oh mein Gott, die kommen da hoch. Der wo hinter dir? Ja, schüss. Die Move Kuril ist geil. Wir brauchen ja auch geil. Wechsel das Magazin. Oho, jetzt habt ihr sie sauer gemacht. Bringt das besser zu Ende. Feindbeschuss! Du mal ein Multiplikator für ein Dribbel, oder? Oh! Da schießt jemand auf mich. Wow. Ja. Und zwar gut. Sie sind da. Hä? Wie schießt du bei uns? Ah, das sind die... Oh nein. Wippo, nur weil wir diesem Scheiß hinterher gelaufen sind. Ja. Wippo, nur weil wir diesem Scheiß hinterher gelaufen sind. Ja. Wippo. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Vielleicht kommen welche uns helfen. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Du hast immer Motor noch weht bei uns. Aber mein Bildschirm ist schwarz. Ich habe Angst, dass das Spiele gestürzt ist. Du könnt immer Motor gefahren. Du kannst ja geschehen euchs retten. Du kannst ja geschehen euchs retten. Warte. Ja. Guck. Aber die Verschiene versuchen dir zu helfen. Doch. Guck. Der Buhr kommt helfen. Er ist ein Held. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Was sind? Ich rufe ich. Ich rufe. Ich rufe. Das Magazin. Danke. Keine Ansatz. Ich rufe. Welche. Helfen wir ihnen? Ja. Natürlich. Helfen wir ihnen. er hat uns geholfen aber danke danke nicht jeder hätte das gemacht ein echter brä ich dachte mal versuche sein vermeint vielleicht kommt ja echt jemand helfen auch er jetzt hilfe oder kommt er klar wenn er hilfe ruft da kommen beppo hat eine neue mate gefunden kevin du hast sehr viele zumbos stimmte dem charakter nicht noch kein must ja nello siehst du es gibt auch nette spieler wechsel das magazin nicht alle sind böse es ist echt lauf lauf die schübsche oh mann bis nälke Boah, Hund, Hund. Boah, wir haben eine Aktivität gemacht. Schlepp das ganze Geld mal mit. Wechsle das Magazin. Hey. Da hinten kommt hier mal ein Quad. Ah, das ist der Typ, okay, der fällt jetzt weg. Wo war denn der andere Auftrag? Haben wir irgendwo ein Auto? Weil ich muss Zombies überfahren. Wir können da gehen. Da ist der nächste Auftrag. Okay. Das ist nur 150 Meter. Ich brauche ein Auto. Oh, maximale Rüstung. Volle Panzerung. Dankeschön. Ah, ein Hund. Ich hab angenommen. Wo kommst du denn jetzt her? Wo kommst du denn jetzt her? Mann. Wer? Ich hab angenommen. Wir schälen sich hier ja gar nicht. wir müssen in richtung der mission ich bin unterwegs ich suche ein auto wir müssen vom schlimmsten ausgehen für die gefallenen können wir nichts mehr tun aktivieren sie das bng um ihre arbeit zu beenden schützen ja von was festlich beschossen von irgendwas umgegriffen ich werde vor allem gerade angriffen mein gott ich konnte nicht du musst beholen sonst stirbt er ich bin tot ja ne wir kommen nicht wieder wir sind tot muss pepper heilen ich bin tot 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 immer noch ein Fahrzeug ist das so mangelware hier kann sein wir müssen auch exfiltrieren irgendwann wir haben noch 23 minuten wahrscheinlich herausforderung geschafft wir spielen das hier zum zweiten mal wir haben nicht viel ahnung von dem was wir machen ja deswegen keine ahnung was es bedeutet was du sagst wir können uns die schritte so gut wie neu du bist du hast heilaura okay ja ich kann euch nicht gemacht ich hab nicht mehr dran gedacht aber ich war als erstes tot die der polizont ist ein Das ist ein Lager von Terminus. Ich wette, die sitzen immer bei einem Netz-Ausrüstung. Schaltet diese Scharfschützen-Ersche aus, bevor sie auf die Idee sind. Achtung, Terminus landet eine Reihe von Heterium-Exkervatoren in ihrem Einsatzgebiet. Da hinten schießt jemand auf mich. Ja, da sind wir auf mich. Spieler! Und die schießen dann auf uns. Nein, das sind keine Spiele. Sind die Gegner? Pass auf, Beppo, die haben noch nicht geschossen. Ja, die schießen. Und da kommen. Okay, wir gehen nur so nach rechts, Beppo. Wir müssen alle zu derselben laufen, sonst passiert das. Kevin, wartest du? Beppo ist relativ weit hinten. Ja. Okay, wir haben nur drei Minuten. Wir müssen laufen. Das sind Söldner, ne? Ja. Kommt jetzt da raus? Ja. Oh mein Gott! Chase off. Die Soldaten. Mann, ich sehe sie gar nicht. Hier. Egal, egal, wir müssen jetzt das machen. Die haben Waffen fallen gelassen, wenn ihr wollt. Ja, ich habe eine mitgenommen. Bei Wegenroket, geh mal. Oh, die Kevin ist bei der Anger, und da komme ich immer weiter. Pass auf, sie kommen, ruf. Schöne direkt, ruf. Guck's hin. Ah, ich habe eine Pumpgun. Damit liegen sie schneller. Oh mein Gott, der ist ein bisschen schwerer zu töten. Gut. Hinter mir kommen welche. Rechts, 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 rechts. Ich schülle den, schülle den. Hab ihn, hab ich glaube der hier ist okay. Oh! Ja. Dann kommen wir weiter. Füllt der Dinger auch ab. Er schülle, er blocken. Ist gelangt. Gib, 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 gib. Es ist eine Heil-Aura! Guck mal, sie down. Was war das? Heil-Aura. Bippo ist Heil-Aura. Ja. Ja. Warte, ich mach das schnell. Ja, pass auf. Hier, passt auf. Okay, weg. Weg, 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 weg. Okay, nächster. Waren das alle drei? Ah. Okay, gut. Ähm, wir müssen 18 Minuten evakuieren. So, äh, was? Ja, mir lohnt so zreck zu laufen. Ja, und heu noch ein bisschen? Hier ist ein Waffenversteck, Überfallauftrag. Komm, wir versuchen es. Waffenversteck. Ich krieg mal Waffen, du. Wechsle das Magazin! Das Richtchen ist richtig so hin. Ah! Ah! Einfach vorbei. Hab! Wieder zurück. Wir müssen wieder zurück. Yeah! Ist das hier drin? Ja, hier. Okay. Bereit. Zombies, komm. Passt auf euch auf. Ich orte mehrere untote Feinde, die sich nähern. Wow! Der pisst dich. Ja, ich dachte schon, es war mir bei mir. Ich schlaf gar nicht. Ich hab' mein Spiel extra abgebrochen. Ah, mein Zombie killt die anderen. Praktisch. Na ja, guck, da geht die anderen. Das ist meiner. Ankommen. Ich schlage nach. Ja. Ich bin so nervig, wenn das Spiel so blockiert. Was? Was ist die denn? Und? Was ist das? mein gott ist das für eine coole waffe hast du da deine waffe sich nicht verändern ich habe gar nichts gemacht wir müssen evakuierungspunkt im auge behalten weil wir haben nicht einen in der nähe hier ist einer da das ist der nächste um vor nicht können wir auch probieren zu kommen und du hast nämlich auch die verquerung direkt negation ich spielte alleine meine waffe hat jetzt doppel und da können wir ja dann ich habe irgendwas auf meine waffe gemacht ich weiß nicht was soldaten leid vorsichtig nein das ist es ist so ich glaube ungeschliffener diamant oder so was hat es gesagt ja ja und ja also nicht schnell diese waffen einfach nur wo ist dieser peck und punch blödsinn okay schon der johle du wolltest da hin ne? ja ich weiß aber wir fahren überflug von einem konvoi bei mir sind einfach 20.000 zombies bei uns fahren nämlich die soldaten in meinem auto in der wege wirscht alles ist einfach, sie sind alle da wo seid ihr? wo müssen wir hin? ich renne die jetzt alle tot weil das ist auch ne quest oh mein gott ich nehm das kann ich damit fahren oh mein gott ich nehm das los gleich Keine gute Stelle hier, oder? Was schreckt machen? Ich kann nichts machen. Ach so, ich habe die anderen aus Versehen Gepäck umpanscht. Ah, du bist dabei. Schon wegen zwei Waffe getrunscht. Okay, wir auch. Ja, jetzt müssen wir evakuieren so langsam, sonst wird es richtig eng weiter. Ja, ich markieren. Boah. Der hier meinst du? Ja. Ja. Mehr als Waffe sind ziemlich stark. Haben wir kein Auto irgendwo? Ja. Hier. Wir müssen schnell machen, sonst kriegen wir dieses Ding jetzt nicht. Nej. Da hier kommt es weg. Oh Gott. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Was ist das? Ich gehe ins Steuer. Kevin ist mir ich gerade egal. okay was kevin wirst nicht kevin okay ist du ja hat es markiert also es ist schon du hat jemand gerufen ich habe gerufen ja level zwei kremer luisi Oh nix easy! Guck! Warte ich komme. Kriegen wir easy! Wer stirbt? Ich. Oh danke. Schöne sie gehen zwar los. Seja wann ich bedenke weh mag ich werden. Beppo! Den man doch schon! Heli! Seja bei den Heli. Warte nicht rein sonst wird wieder jemand vergessen. Er fliegt! Er fliegt! Bleibt verbunden! Wir haben es geschafft ne? Ja! Noch ne Plötze gerne. Danke an den Typen der uns gerettet hat. Ja! Ich küsse dein Herz Junge! Alter was ich alles mit geschleppt habe. Ich habe einfach Sachen aufgehoben. Ich weiß nicht ob die was wert sind oder so. Einfach mitnehmen. Ich muss zwar sagen dieser Zombie macht mir richtig Spass. Du hast ne große Map. Du hast Missionen. Du hast verschiedene Sohnen von Schwierigkeiten. Finde ich eigentlich geil. Waffenlevel viel schneller. Bist du da noch spielen? Ich glaub du bist raus. Ne. Bad Boys raus. Wie ich bin raus. Wieso bin ich raus? Wieso? Eine Stunde lang drin. Ja man merkt das gar nicht. Ja man merkt das gar nicht. Ernst auf ne Stunde schon. Ich geh auch eine Rauche. Eier. Ich geh auch eine Rauche. Dann kann ich nochmal rein. Guck mal was Marcel macht. Scheiße auf mein Geld. Oh Marcel sitzt da mit seiner Weihnachtsmutze. Oh ihr müsst Marcel, äh Marcels Mikro glaub ich hört man nicht. Aber es ist meine Schuld. Nein. Viel zu leise, ne? Da läuft sie. Ja. 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 Ich hab sie so lange da. Wenn es gigantisch bin, gibt es etwas zu waffen. Nein. Das ist wichtig. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du, seien sie bereit? Ich bin bereit. Seid ihr alle bereit? Jo. Ja, wer? Ja. Nun geht das nicht. Doch. Kevin? Es steht, du bist nicht bereit. Ja. Kann man diese Musik hier nicht leise machen, weil die geht mir eigentlich auf den Sack. Das ist immer noch voll laut. Ich höre meine Musik nicht. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh nein, ist Marcel Stream abgestört? Oh, da gehst du da gehst nur bei mir. Streamt Marcel? Ja. Ich hab ihm schon im Süßbeschild gesagt, dass er mir Zombies spielt. Ja. Da riechst du, ob das kein von euch antwortet. Natürlich, ich musste da doch noch alle Runden machen. Das fährt jetzt einfach. Das ist wohl so fucking hart. Serio? Nee, ich schon meine Hatze hat mich hart gemacht, wenn's die... Ich brauche ein Auto, weil ich muss Zombien in die Veränderung. Ich hab dann eh ein Auto gesagt, ne? Die gesäßte Bish. Ah, du hast ihn. Wieso schlafen wir weiter? Ich schieße das Magazin. Wo ist ein Auto? Komm, Sorge, wir ran, ne? Ah, das ist ein Quest. Pippo, pass auf! Oh, Mission. Ich mach ne Mission. Fletcher hat eine Festung in der Nähe ausschlaffiert. Rechnen Sie mit erhöhter Feindbewegung im Einsatzgebiet. Ich schlage nach! Oh! Iiiiih, das war richtig eklig gerade. Wo ist denn Kevin hin? Hm. Lass die! Lass die! Hast du das Geräusch gehört, wenn ich die überrenne? So, okay. Feindliche Leiche terminiert! Oh, 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 oh. Alter, das sind ja gar keine Zombies. Das sind... Söldner. Rechnet mit Gegenwehr. Wir bereiten den Start der Extratoren vor. Die Zeit läuft. Schaltet die Dinge aus. Wechsle das Magazin! Feuchtbeschuss! Ich fahr einfach durch. Meine Fresse hat er mich jetzt... Hi, Salva! Ja! Nein, hier lösen. Oh! Oh Gott! Ich fand... Ah! Ich hab Auto kaputt gemacht. Ich hab Auto kaputt gemacht. Ich hab Auto kaputt gemacht. Zurück! Was macht ihr? Ich hab... Wer liegt jetzt? Ich hab Kevin gerettet und dann bin ich gestorben. Okay. Ich komm, ich komm, ich komm! Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ah, du blöder Witz. Mach ich? Machst du? Ich mach's schnell. Ich mach's schnell. Okay, mach schnell, mach schnell. Bruder! Okay. Weg, 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 weg! Ich sterb, stirb. Ich sterb, stirb. Oh, diese Söldner geben mir sowas von Optimum. Ich sterb, ich sterb. Danke, Beto. Nehmt eure Platten rein. Nein. Der letzte Schiss hat mich gefickt. Schiss er, schiss er, schiss er. Ich verteil und so gut wie ich komm. Schiss er. Beto, wir vertrauen in unser Leben. Ja. Gehen wir hier. ok ich mache weg 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 die letzte ich habe gerade eine reizüberflutung mit all dem lärm ich laufe mein leben das war knapp ich war ich war fast ich bin hinter dem ich habe ein auto verloren wegen euch ich gucke mal auf der karte wo der nächste punkt ist da hin und dann werde ich wieder sowas von gekriegt oh mein gott ich bin hier gerade ja also ich kann nicht zurückkommen wenn ich zurückkomme renne ich in der ganze horde und ich spiele gerade mit einer hand irgendwie habe ich paketverluste oh ich habe ihn evakuiert und krass wechsle das magazin oh ich habe die erste zombie taunung freigeschaltet ich habe mal rift diesmal bin ich nicht ich habe ein wum 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 wir sind gleich da ich habe ein auto gefunden ich fahre jetzt alle tot cap dann springt mir kevin in die fresse nein guck es ist beppo gestorben beppo ich habe dich überrannt ich lebe noch natürlich kevin kommst du ihn holen ja weil dann kann ich die zombies platzen und dann kann ich nicht mehr wir haben hier warte warte wo ich überrenne nicht noch mal danke sehr schnell 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 du könntest so wiegele ich komme ich komme ich komme ok ok ha 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 ich habe das genommen Die Mimika, das ist ja prima der Erste von Demogorgen. Demogorgen. Wo ist der? Ich weiß es nicht. Ah, wir müssen dahinten auf den... Oh nein, oh nein, mein Auto brennt! Mein Auto brennt! Bebo, hier ist ein Lift. Ja, wir müssen dann dahinten, dann nehmen wir den Lift. Wir sind schnell. Ich laufe. Ich bin ewig da. Oh Gott, oh Gott, das ist ein Wichser. Ja, das sieht aus wie ein Demogorgen. Das ist ein Demogorgen, das sehen wir uns. Bist du drinnen? Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Du auch schon. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Sie sind drinnen. töten alles gemacht wie geht das mit dem fahrzeugreifen reparieren du müsstest um anstelle fahren egal welches auto aber da musst du aber wirklich ein reifenblatt sein alles heißt ich kann ihn aber auch kaputt schießen cool ich kann selber nutzen ich könnte mir echt die haare blond färben manchmal so behindert wie ich bin übertrieben schlimm hier kommen komische gerüchte aus dem gebäude ich glaube das ist ein spieler der sind spieler und den gas maske ja ja dann kommt ich habe gern geht schneller hier ist durch die übere oben Das Magazin ist fast leer! Oh! Meine Maske geht kaputt, meine Maske geht kaputt, meine Maske geht kaputt. Ich sterb, ich steh! Wechsel das Magazin! ich sterbe ich sterbe die haben mich in der ecke gekeilt ich komme ich komme ich komme ich komme nicht raus kommen vom dach runter das geld das geht ich lebe suche gerade die letzte sie muss hier irgendwo sein alles gut wer versucht die letzten hast du eine wir haben hier drinnen putzen und draußen putzen Ihr seid ekelhaft. Alter, du hast mir die Tür zugemacht. Ich mag euch nicht mehr. Ich geh jetzt alleine, ich mach einen auf Non-Ranger. Tschüss. Waaa! Olaf! Du hast mir den ganzen Loot genommen. Du Arschgesicht. Dämon Gorgon. Du kannst einfach allein sehen, einfach nur wegrennen. Wir können Backuponchen. Cool, wir haben Dämon Gorgon hier. Mein Arsch wird hier gerade echt gefressen. Ist Dämon Gorgon bei dir noch? Ich mach ne Kiste auf und dann kommt er raus. Was macht die Sache? Ich hab Vepo nur laut gesehen. War mir egal, man. Hättest kapiert. Du hast mit den guten Loot geklaut, doch. Da war gar kein Loot drin. Da waren nur Kristalle drin. Kann die eigentlich schwimmen? Tja, Vepo macht das schon. Vepo regelt. Ich verpiss mich. Wepo regelt. Ich muss Peckenpanschen, Wepo. Ich muss Peckenpanschen. Ich muss Peckenpanschen. Ich muss Peckenpanschen. Ich komme. Ich hab Freischwimmer. Ich hab Seepferdchen. Stimmt gar nicht, aber okay. Ja, alles gut. Komm. Komm mal, Vepo. Ich brauch ne Ablenkung hier. Hallo. Haben wir genug Geld? Ja. 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 Oha. Oha. Mh, da kann ich. Wir sind immer wieder nicht versorgen. Kann mir mal jemand helfen? Ich glaub, die hat nebische Wände. Du regelst das. Mh. Also wenn die Waffe echt gepackt im Punch ist, dann ist sie ultra OP, ne? Was gibt es hier? Ich kann meine Pumpgun halt nicht packen. Deine Leuki ist dein größter Feind. Mann. Oh, hier gibt's Limonade. Ich trink gerne Limonade. Gönnt euch auch ne Limonade, die gibt euch Fähigkeiten. Konuspunkte. Man merkt immer sofort, wenn Vepo da war. Oh, Hund. Weil dann ist kein Loot mehr da. Doch, Limonade ist noch da. Bin dort schon einer. Gern geschenken. Da. Ist einfach weggerannt. Extraautomat verfügbar. Ein Extraautomaten. Was für ne Waffe gibt es hier überhaupt in der Scheune? Was ist denn das für ein Automat? Oh, leck mich doch im Arsch, Mann. Ich hab von nirgends genug Geld. Ich nehm Auftrag. Ich nehm Auftrag. Ich komm mal. Alles gut, ich lass euch die Zombies. Ist das hier ne Pferderange? Siehst du aus. Haben wir jetzt auch noch die Pferde nicht angereicht? Oder haben sie mich schon gefordert? Das ist Hirschels Form. Oh. Ich hab mir leid getan, als sie verkauft gemacht werden. Green an Einsatzteam. Die Söldner haben in ihrer Nähe Waffen versteckt. Holen sie sie sich. Dirtboot. Die anderen werden der Hecht zurücklehren. Das wird hützig. Ich hab zu mir was. Ich hab zu mir was. Was? Mach du. Ich komm. Warte. Jetzt. Wechsel das Magazin. Warte. Jetzt. Ich komm. Ich komm. Das ist meine Fetischiste. Dann sollen sie an deinen Arsch gehen. Von meinem Arsch weg. Die wollen weißes Fleisch. Scheiße. Ich find's geil, wenn sie sagen. Freundliche Leuche. Terminiert. Ich find's geil, wenn sie sagen. Freundliche Leuche. Terminiert. Dann bleibt doch in dem Loch da drin. Wechsel das Magazin. Süßer Hundi. Wie war das? 75 Abschüsse aus der Hüfte. Ja, das andere wäre so einfach, dann würde ich sie alles hier machen. Ich hab ein Stück Fleisch auf dem Boden gefunden. Nimm das. Nimm das mit. Wir können einen Hüllenhund so zähmen. Erste? Ja, ja, ja. Du musst zu seinem Häuschen gehen und dann musst du das reinwerfen und dann beschützt er dich. Und wenn du, ähm, Bruder, ich hab nicht gefragt, um halb drei wann der GTA Trailer kommt. Und, ähm, wenn du vier Stücke reinwirfst, dann heilt er nicht so da, wenn du auf dem Boden nimmst. Hm, und dann? Ich hab, ich hab eben geguckt, ist das schlimm? Acht auf deine Ziele! Volle Panzer! So. Jo, wo gehen wir als nächstes? Nächster Auftrag? Nächster Auftrag wäre dann hier. Kennzeichen der Sporenkontrolle Auftrag. Ist das nicht die Mission mit den Eiern? Ja, mit dem Hämmer. Ist doch egal, wir haben die, die, ähm, Pack-and-Punk. Waffen sind gepackt und punched. Ich brauch ein Auto und eine Tankstelle. Ich freu mich echt, wenn ein Walking Dead mal passiert. Pass auf. Dann kommt die alle zu mir. Wie? Meine Mom hat Toilettenpapier für ganz Luchsen vor. Wie war der Spruch so bei Zombieland? Erste Regel, sei fit. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Meine Mom hat echt Toilettenpapier für halb Luchsen? Ich weiß. Wenn ihr was braucht, denkt an meine Mom. Ich hab mich schon mal geholfen, Ich hab die Schöne vor der Ökertage gesehen. Ich hab keine Fachsprache, Barreda. Mit dem Gerät kann man Sporen in der Nähe vernichten. Ganz einfach. Zwei Stück sind schon kaputt. Wer ist denn jetzt auf mich? Danke, Kerl. hab ich echt drei höllen hunde am arsch also kev du stellst du so ein hämmer dahin und der greift es an die standen und die waren hier in der küste wenn du ihn mit nimmst kannst du mit aus dem spiel nehmen dann hast du den namen evakuiert ist das nächste wir haben noch ein paar das ist sicher ein geheimer bunke ach du wuren Die haben sich bewiesen. Die Sporen hatte keine Schuhe. Also, okay, die erste sind die Spielmusik jetzt. Doppelte Punkte. Na ja, doppelte Punkte kommt auch immer, wenn keine Zombies mehr da sind. Ach, hier, bei mir sind wir schon. Kommt nochmal zu mir, ich habe ein geheimer Weg zu einem Bunker gesehen. Ich bekomme mir gerade den Arsch versohlt, aber gerne, gerne, gerne. Was kommt hier? Was ist passiert hier? Lauf rein! Komm, Haina! Oh, es ist weg. Ich bin weg. Guck, hier gibt es so einen geheimer Raum. Beppo? Hast du TikTok geschaut? Nee. TikTok. Oh, Gegner, Gegner. Oh, Gegner, Gegner. Soldaten. Was für eine Granate? Ah, aber nicht, oder? Ah, hier ist zugesperrt. Hier ist auch zugesperrt. Kommt man da rein. Man kann das vorne rein, du brauchst die Karte. Ah, okay. Das lassen wir dir sagen. Dann musst du die Tür öffnen. Genau. Ey! Hast du? Hast du? Ja, dann musst du hier. Dann musst du hier. Und hier? Ja, wer hat die Soldatenkarte, nicht die Tresorkarte. Ach, Mann. Ja, da müssen wir noch etwas suchen. Hier ist eine Bucht, hier ist es sicher nicht. Nichts, da geht's raus, in den Tunnel. Und hier? In den Tunnel. Hä? Munition. Ist ja schon überall. Geil, jetzt kann ich schon eine zweite Dingsdrehen machen. Aber sind die nicht noch über uns hier? Ah doch, hier ist noch einer. Ich glaube, ehrlich gesagt, die spawnen wieder weg. Ne, hier draußen sind noch eine. Äh, noch paar. Jetzt hast du gerade eine Quest gemacht, um das zu wissen. Ist die Tür dann? Hörst du einen Stoff an oder brauchst du eine Therapartie? Warte. Guck mal. Guck mal. Ich bin okay, okay mal. Ich bin hier am Pauseuntersuchung, aber ich finde nix. Mitbekommen ist das neue Astro, aber jetzt ist das raus. Einfach. Das heißt, Astro 50X. Was gibt's extra? Also, dass es da vier HDMI-Anschüsse gibt in den Astro und mit HDMI-Anschüsse gibt. Vier HDMI-Anschüsse? Ne, drei, total drei, äh, drei HDMI-Anschüsse. Ja, zum Beispiel, wenn du zum Beispiel andere Konsolen anschießen möchtest, weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Ah, okay. Das ist eigentlich nicht mehr. So, ich hab' noch nix gefunden von dieser Karte. Aber es ist echt schön, ne? Das ist im Weiß. So. Es ist echt schön, aber es wird so schnell dreckig. Ah, der Preis ist auch schön. 390, sicher. 490, sicher. Du wolltest mir was schenken. Ich hab' mein Astro hat mich nicht genommen. Ja. Ich hab' mein Astro hat mich nicht genommen. Hm. Ich finde sie nicht. Wir müssen auch gleich, äh, über Eben. Er hat mich schon verschont. Ja. Das heißt, so Penner, ne? Ich suche so richtig viele Behinderte hier. Und du auch. Nach den Dingen sind ihr seid einfach, eh, weiner. Nein, die Wider ist übelst groß, die geht bis hier hinten. Ich hab' die, 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 ich hab' die. Ich hab' die, ich hab' die, ich hab' die, ich hab' die. Wo können, ah, wir können uns hier sofort erwerben. Das Ding hat auch 120 Hertz, HDR und ARL. Aber weil ich dich nicht verstehe. Was dir bei der Playstation 5 nicht geht, ist der, die neue Funktion von dem Hetz. Es funktioniert nur bei Xbox und PC. Ich ergesse mal, dass die Cam an ist. Oh, Zombies. Oh, Zombies, ja. Zombie neutralisiert. Ja. Genau. Posso, Zombies. Oh. Ich geh' die. In Ordnung, muss ich mal auf die, ich will... Oh. 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 bei der sohn heraus wie die vorhin haben wir gespielt wir sind alle drei gestorben und ich habe einfach verzweifelt auch über die map gerufen und da ist echt ein typ gekommen der uns gerät ja wir hatten so ein glück na wie lange hast du denn gewalt nicht lange der war relativ schnell da oder wo ich evakuieren leute ich habe nur erwacht und ich will nicht verlieren alles gepäckten punch pass doch auf ist das schön sie Ich habe meinen Arsch so schnell in dem Heli drin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin schon wieder weg. Wippo, komm! Wippo, komm! Ich bin drin. Ja, diesmal haben wir nicht so viel gemacht. Ich habe ihn wieder voll scheiße mit mir. Ich habe die Zombies aber alle. Ja, ich habe das nicht mehr mitbekommen. Easy. Ich warte mal ab, weil man plötzlich drücken kann. Das abgeht einfach. Weißt du, wie schnell die ich da lebe? Ob mich verletzt. Und das Gold, schnell da. Erreicht die 75 ab. Beppo geht wieder raus. Ja, weil ich auch aufhöre. Ah, gehst du Schläfchen machen. Ja, es ist 22 Uhr, stimmt. Jo. Stimmt. Ich hab morgen kein Homeoffice. Ist doch gut, da kommst du vor die Tür, weil in dem Regen und dem Schnee. Vanessa ist da, der Rest ist mega. Oh, Gott. Okay. Wie ist es bei Marcel? Da hat kein Schwein mehr reingeschrieben, seit ich geschrieben hab. Bei Marcel hat niemand mehr reingeschrieben. Okay. auf wiedersehen kevin geht er einfach und sagt nicht mal tschüss ja ja schön gelootet und dann geht er so machen wir aus dem stream heute reicht es morgen ist auch wieder ein tag zum streamen